Wir können noch machen, wie der andere Mann noch die Tür schließt. Er hat genau den Arm gebrochen, genau wie ich mal. Jetzt ist es zum Glück wieder gut. Der Krankenwagen bringt den Verletzten schon ins Krankenhaus. Es ist ja der verletzte Schwabfahrer. Und Krankenwagen und Feuerwehr fahren jetzt nur. Das THW bleibt noch hier und nimmt an, um den großen Schwab zu bergen. Oh Mist, ich bin richtig stolz. Das hat auch schon ganz schön wehgetan. Das ganze Tollpatsche legt sich noch selbst auf den Boden. Aua, da war eine Brennwäse. Aua, ich liege mir auch noch selbst auf den Boden, Mann. Der ist ja toll. Da war ich gespannt auf den Boden und erinnere hier. Ja. Da war ich auf den Boden. Da war ich auf den Boden. Da war ich auf den Boden. Gut, er hängt dann, was ich ihm noch sagen, was er losfahren kann, auf diese Kette. Au, ich bin ja auch so dumm wie der Arzt. Ich fahre einfach über die Kette, ich muss mich einfach noch von dieser Kette hier befreien. Jetzt hoch aufs Rad. Oh, es ist fertig, dann. Gut, wir fahren. Klar, Chef. Klar, Manni. Es hat gut geklappt mit dem Ausstellen. Nun kann es hier eh auch wegfahren. Ach, immer das gleiche. Jetzt die schöne Kette wieder ab und jetzt noch schnell die andere noch ab. Immer das gleiche mit der schweren Kette. Ah, es geht auch nicht so schwer. Ja, aber zopp. Oh Mann, das ist immer so fest. Ah, endlich jetzt. Und jetzt nehme ich sie noch und tue den Wagen. Und diese lange Kette, die muss ich haben. So. Die, die weißen Kette, die sind superlos. Untertitelung des ZDF, 2020